Es ist unweigerlich, dass man sich verbessert in all seinen Leistungen. Und wie Roger gerade richtig gesagt hat, wie wir die letzte... Nein, nein, das ist das erste, die Moskern hast du das gesagt. So, aber dann sehen wir die beiden, das ist die letzte Pflanze, und da sieht man eben auch einen ganz klaren Entwicklungssprung. Schon sehr, sehr nah am Foto ist, von der Farbe her, von der dreidimensionalen Wirkung, da hat sie da eigentlich sehr viel verstanden. Dann war ich auf den ganz stolz, und da haben sie gesagt, Oskar, das ist doch gar nichts. Und dann habe ich den mitbereit, da war ich dann ziemlich stolz drauf. Der sieht aber auch schon ziemlich gut aus, ne? Ja, das war eigentlich mein Lieblingsdenkort. Den haben wir dann als Vorbild auch genommen. Und dann haben sie gesagt, den finde ich besonders Zeugen, und ich habe gesagt, ja, den können wir nehmen, und dann haben wir den... Können wir dir auch zeigen? Können wir dir auch einen dringend? Ja. Eigentlich fühlst du dir das, das ist ein dringend, oder? Ja. Und da ist noch ein Lego-Hagen drin, ne? Wie viel besser? Wie viel ist denn? So? Wie viel ist denn? Ja, dann erzähl mal ein bisschen von deinem Lego-Hagen. Ähm, das ist ein bisschen. Erstens habe ich den, ja, dann habe ich das zu Hause geliebt, dann habe ich das, äh, dann haben wir angefangen mit diesem, weiß ich wie die heißen, da muss ich auch mit dir die Schönen, aufmachen mit diesem. Ich hoffe, das ist ein sehr schönes Bereich. Das ist ein sehr. Ich hoffe, das ist ein sehr, 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 sehr. Vielen Dank. Vielen Dank.